Ich bin in die Berge aufgewachsen und die Berge waren immer mein Leben. Irgendwann habe ich mich entscheiden müssen zwischen Skifahren und Golfen. Es ist zwar das Golfen geworden, aber das Skifahren ist immer noch meine Leidenschaft. Ein Skitag am Obertauern im Winter mit meiner Freundin gehört für mich zum Pflichtprogramm. Das hilft mir beim Akku aufladen und gibt mir Kraft für die neue Saison. Die Saison